Thema ist, was die Gesellschaft eigentlich so zusammenhält. Verstehst du eigentlich noch, wie es in mir drin aussieht? Kann ich reinkommen? Ich finde das wirklich ein sehr gutes Thema. Wenn wir nicht da wären, würde der Müll nicht gerollt werden. Es ist ein Beruf, da geht es um Menschen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo wir uns alle engagieren können. Rassismus entsteht, weil sich Leute fremd sind. Die Leute holen ihre Smartphones raus und Why do you make pictures? halten einfach drauf. Als Hetero wirst du auf der Straße nicht diskriminiert. Da wird niemand im Stich gelassen. Kann ich einen guten Schallgeber verlieben. Würde das helfen? Vielen Dank. Man ist hier mit den Leuten, da fühlt man sich wohl. Ein eingesperrtes Thema. Alleine ist man stark, aber gemeinsam ist man unschlagbar. Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Storys und den Bildern unserer Zeit. Wir sind alle Menschen, wir glauben an Werten. Wir sind doch ein Team. Denn für Memories und Storys haben wir zum Glück noch ein bisschen Zeit. Absolut gewohnt. Wie so eine Glücksexplosion. Ist das ein guter Plan? Ja, unbedingt. Es wird ein Kracher. Wir freuen uns dabei zu sein. Wir freuen uns dabei zu sein.